Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal eine andere Art von Song, diesmal nicht so poppisch zum Tanzen, sondern eher die Kunstform eines Songs. Der Song ist relativ ruhig und wird später sehr synthetisch, was aber auch so gedacht ist. Wenn wir uns das mal hier das Bild angucken, seht ihr hier, es geht ruhig los, ist sogar eher klassisch, und füllt sich nach und nach mit Elementen, sei es Melodien, Instrumenten etc. Und dann ist hier ein Loch. Das Loch ist so eine Ausdrucksform. Was es sein könnte, das überlasse ich mal eurer Fantasie. Am Ende ist es wieder schön rhythmisch und es hört irgendwann auch auf. Der Song ist ein bisschen länger als sonst, aber es ist diesmal mehr ein Kunststück als ein Popsong. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Es ist mal was anderes und soll mal so auch die Kunstform ein bisschen ausdrücken, die manchmal so Musiker stecken. Nicht nur tanzen und schnell schnell, sondern auch ein bisschen etwas fließendes darstellen. Also viel Spaß dabei und danke fürs Ansehen. Bis bald! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020